Ich möchte euch nun schnell noch mein Equipment zeigen. Das ist meine Panasonic Lumix FZ150. Mit der mache ich die meisten Aufnahmen. Dann habe ich ein gewöhnliches Stativ. Es ist zwar ein Fotografenstativ, nicht ein Videostativ. Das sieht man am Kopf. Den kann ich nicht so schön drehen wie ein Videostativ. Das Display kann ich abschwenken. Das hat den Vorteil, dass ich dann immer weiss, ob ich richtig im Bild drin bin. Dann ist auch ein weiterer Punkt, weshalb dass ich diese Kamera genommen habe. Sie hat hier einen direkten Mikrofonanschluss. Das heisst, ich kann hier mit einem Lavalier-Mikrofon eine Tonspur direkt aufnehmen. Ich brauche nicht ein Gerät dazu. Wenn ich weiter weg gehen möchte mit der Kamera, dann ist ja der Ton relativ schlecht. Da habe ich eine andere Lösung. Ich habe trotzdem noch mein Lavalier-Mikrofon und habe hier das Zoom H1, welches ich dann als Aufnahmegerät benötige oder brauche. Das gibt mir auch einen digitalen Ton, den ich nachher mit der Kamera synchronisieren kann.